Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind jetzt wieder Gottesdienste erlaubt und manche sind total heiß drauf und freuen sich schon und andere eher vorsichtig. Das Ganze ist ja mit sehr vielen Auflagen verbunden und jetzt wird in allen Gemeinden mehr oder weniger diskutiert, wie und ob Gottesdienste gefeiert werden können. Andere Menschen kommen auf wunderbare Ideen, nämlich zum Beispiel Bilder zu posten, wo drauf steht, was alles auch Gottesdienst ist, zum Beispiel Nachbarn mit dem Einkauf helfen oder sich anlächeln zur Begrüßung, statt sich die Hand zu geben. Ganz viele unterschiedliche Formen von Gottesdiensten gibt es. Manche wurden jetzt neu entdeckt und die Länge spielt ja auch nicht immer eine Rolle. Das passende Lied dazu ist im Ergänzungsgesangbuch zu finden. Es heißt, Glauben ist gemeinsam feiern. Und dann kommen wir der Sache mal ein bisschen auf die Spur, was alles Gottesdienst ist. Glauben ist gemeinsam feiern, singen, beten, hören, sehen. Unter Gottes Segen leben und auf neuen Wegen gehen. Wenn wir glauben und vertrauen, leichte Zweifeln macht. Alle Ängste sind besiegt, nicht in dunkler Nacht. Glauben ist gemeinsam feiern, singen, beten, hören, sehen. Unter Gottes Segen leben und auf neuen Wegen gehen. Wenn wir lieben und verzeihen, wenn wir sich berühren, wird der Geist der Heiligkeit uns zusammenführen. Glauben ist gemeinsam feiern, singen, beten, hören, sehen. Unter Gottes Segen leben und auf neuen Wegen gehen. Wenn wir glauben, Leute gehen, einig Hand in Hand. Glauben, unser Herz erfüllt, in die Welt gesandt. Glauben ist gemeinsam feiern, singen, beten, hören, sehen. Unter Gottes Segen leben und auf neuen Wegen gehen. Und so wünschen wir euch alles Gute, seid gesegnet und behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.